Musik Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NS19 hier auf meinem Kanal. Ja, ich befürchte so ein bisschen, wir kriegen nicht mehr Fahrzeuge runter, weil er reagiert in dem Sinne nicht mehr drauf. Von daher bringen wir jetzt erstmal diese Truppe hier nach Hause. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sind aber auch nur sechs Stück. Von daher, ich meine, wir wären schon mit dem ersten Lauf, was es deswegen nicht geht. Gucken wir mal nochmal. Nee, mach es trotzdem. Halt mal, STRG AD. Okay, na dann fahren wir erst die hier nach Hause und dann ist auch schick. Schleck. 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 Das ist ein schönes Bild, wenn die hier so alle angekommen sind. Ich werde mal gucken, was noch fehlt. Fahren wir jetzt alle schön hoch zur Mühle. Jetzt ziehen wir alle hier hoch, indem wir mal einmal hier drum herum fahren. Folgen mehr, ja. Das ist ein schönes Bild, ganz ehrlich. Da kommen uns noch mehr entgegen. Und da dürften wir jetzt ja nur noch drei Stück dastehen. Wo ist eigentlich der Püsterich da mit dem? Wir dürften jetzt ja nur noch drei Stück dastehen, ne? Holen wir die auch noch eben? Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Steuerung F. Ich glaube, die anderen Helfer müssen erst runter. Ist aber auch so kompliziert. Ja, die hoffen ja nur noch drauf. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist so. Wo ist er? Hat er hingefahren? Ähm. Ähm. Der Chat liegt auf dem Kopf. Okay. 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 Wo kann ich ihn jetzt nicht laufen? Der wird nicht blockiert. Der hat sich auf den Kopf gedreht, der Dussel. Aber warum? Ich meine, der steckt ja nun wirklich mit dem Kopf zuerst im Boden. Das ist kein Ansatzpunkt, ne? Der steckt da drin und schick ist, ne? Aber auch wenn ich den Jungen hier rausgeschoben kriege. Aber auch wenn ich starken Bauernadeln habe, ich krieg's nicht weg, ne? Okay, pass auf, machen wir folgendes. Und jetzt werden wir den zurücksetzen. So, was machen wir über die Karte? Ich beäm. Ganz ehrlich, manchmal ist man so behämmert, ne? So, welcher ist denn hier? Ach, scheiße. Da wär er gewesen. Ja. Ja. Yep, okay. Aber wir haben ja jetzt auch tatsächlich keine Helfer mehr am Start. Ich müsste eigentlich mal zum Händler. Ah, der setzt sich hier zurück. Na, das ist ja noch besser. Der kommt gar nicht zum Händler zurück, sondern... Ist einfach nur da. Steht irgendwo. Okay. Pass auf, du bist die Nummer 1. Dann müsstest du. Theoretisch. Steuerung F. Ne, aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht mehr. Das ist ja doof. Ich befürchte, die müssen wir dann selber fahren. Ich weiß nicht, warum das hier plötzlich nicht mehr geht. Das hat ja eben hundertprozentig funktioniert. Finde ich ein bisschen komisch. Na ja, so kriegt man eine Folge auch voll, ne? Gott sei Dank sind es nur noch die 3. Dann können wir da oben noch ein Imbiss hinstellen. Da kann man dann natürlich was essen. Da kann man Geld verlangen hier. Museumsbesuch. Das wäre... Das wäre was. Ich sitze hier eigentlich drauf. Einfach auf dem angeschraubten Brett oder was? Ich sitze hier einfach auf dem angeschraubten Brett. Ja, und dann muss ich mir mal ausdenken, wie ich die alle so platziere, ne? Haben wir jetzt die als nächstes? Ja, wie gesagt, hier ist ein bisschen schade. Kein Anlass... So kann man auch mitnehmen. Kein Anlassgeräusch. Alter. Boah, nun fahr doch mal. Also kein Anlassgeräusch. Und eben schade, dass man hier keinen Fahrer drauf sieht. Das macht so ein bisschen... Ja, komisch. Das ist echt nur ein Ding zum angucken. Dann fahren wir die auch noch da hoch. Ja, und dann sind wir im Prinzip auch schon wieder am Ende der Folge angekommen, tatsächlich. Unglaublich. Ja, ich bin mal ein bisschen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.